43.636 Kilometer runter. Mein Name ist Harald Hübner. Bin 63 Jahre alt, bin in Guben geboren, bin aber vor vielen Jahren nach Eisenach gezogen. Es sind ca. 43.000 Kilometer, die ich durch Europa gefahren bin. Holland, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Tschechoslowakei, Slowenien, Slowakei. Italien, Finnland, Norwegen, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn, Kroatien. Ich bin hier von Eisenach Richtung Halle, Lutterstadt, Cottbus, Guben, die polnische Gräse. Ich bin kurz vor Krakow, von Krakow Richtung Budapest. Und von Budapest bin ich Richtung Pesch. Ich war mit dem Fahrrad in Afrika. Ich bin am 13. April los. Das ist, soll man sagen, jetzt mit dem Fahrrad gesehen schon. Wunderschön. Ich hab die Halt. Ich hab Halt. Ich hab die Halt. Ja. Schau ein, Schau!